So, kurze Anmerkung aus der Zukunft. Alles, was ich in dem Video sagen werde, dazu stehe ich noch, hat sich nichts daran geändert, passt. Aber, ich habe eben nach dem Dreh noch eine meiner Meinung nach, eine gute Stüche, eine bessere Version der Giga Powerbank entdeckt, um die es heute geht, der auch nur 3 Euro teurer ist. Und sorry, einen extra Gutschein habe ich dann leider doch nicht bekommen. Kann ich dir hier Probleme immer noch jedem empfehlen, gerade der vielleicht das dünnere Gehäuse haben will, geht allerdings mein Rate definitiv in Richtung der anderen. Denn, die ist zwar ein bisschen dicker, ist allerdings auch definitiv flexibler und bietet all die Verbesserungen, die ich hier im Gegenteil gesehen hätte. Denn, die bietet, und deswegen ist er dicker, eben auch schon Wireless Charging und ist ladetechnisch auch flexibler, weil der USB-C-Port eben nicht nur wie hier ein Input ist, sondern auch noch gleichzeitig ein Output. Könnt ihr natürlich immer noch 3 weitere Gehäuse mittels USB-A laden, allerdings eben die auch deutlich schneller. Denn es gibt dort jetzt eben auch Power Delivery mit 18 Watt und Quick Charge 3.0. Das heißt, flexibler, schneller, im Prinzip gleich teuer, gleich groß. Weiß ich nicht, was eben jetzt noch für die spricht, außer, wie schon gesagt, dem leicht kompakteren Gehäuse und eben einem Preisverteil von 3 Euro. Aber guckt euch den Rest an, entscheidet selber und ja. Servus! Ja, heute gibt es ein powergeladenes Video, denn es geht um eine mit powergeladene, ja, Powerbank. Das wäre hier die GIGA GN1 30.000er Powerbank. Und sie hat jetzt keine super Features wie ein extrem starkes Laden, Power Delivery oder sonstiges, aber sie hat halt 30.000 mAh und das halt für einen relativ schmalen Geldbeutel. Also, denn die kostet knapp 28 Euro momentan. Allerdings bei Amazon, habe ich gesehen, gibt es noch einen 10% Gutschein. Das heißt, ihr seid schon mal bei 25 und mir würde vom Hersteller noch ein Gutscheincode für euch eben versprochen. Das heißt, dann landet ihr bei irgendwo unter 25 Euro und das für eine 30.000er. Also, im Prinzip kann man da absolut nichts falsch machen, weil einfach so nebenher mal als Backup-Reserve vielleicht ein Gartenhäuschen oder sonstiges. Ist so ein Ding absolut praktisch. Und was auch praktischer ist, als ich dachte, ich habe gedacht, das ist ein totales Gaming, ist die kleine Taschenlampe hier. Und die ist gar nicht mal so schlecht. Also, ihr drückt hier ein bisschen länger auf die Taste, dann geht das Ding auch schon an. Ich hoffe mal, ich blende euch jetzt nicht. Und die ist hell genug. Also, sie, wie halt eine LED-typisch, streut jetzt das Licht nicht allzu breit, aber für ab und zu mal. Und ich muss sagen, ich habe das Ding jetzt schon öfter genutzt, als ich dachte, weil die liegt jetzt einfach immer irgendwie griffbereit rum. Natürlich, kurzer Größenvergleich mit einer anderen, wobei ich jetzt keinen 30.000er habe, weil ich kenne bisher eigentlich nur 20.000er. Ich dachte nur, das ist erlaubt den Fliegern, aber das ist auch erlaubt. Deswegen scheint 30.000er mittlerweile das auch zu sein. Und wenn wir das mal vergleichen, das ist eine 20.000er im Vergleich zu einer 30.000er. Die ist jetzt hier halt breiter, dafür halt flacher und auch ein bisschen länger. Also, ich muss sagen, dafür, dass die noch 10.000 mehr Akkulaufleistung bietet, muss ich sagen, ist die Größe gerechtfertigt. Natürlich, das Ding ist schwer und es ist klobig. Aber wie soll man 30.000 sonst hinbekommen? Und ein Vorteil von der soll sein, dass ihr halt drei integrierte Akkus habt. Und einer hat gemeint, ja, da ist ja die Fehlerquote dann besser, wenn nur einer hergeht oder so. Aber meiner Meinung nach, wenn da einer von den drei Akkus kaputt geht, dann war es das auch. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein Vorteil ist, aber okay. Was allerdings ein Vorteil ist, dass ihr hier relativ viele Anschlüsse habt. Was allerdings keiner ist, dass im Prinzip nur die drei USB-A's auch eben Ausgänge sind. Denn zum Beispiel der Lightning hier, der Micro-USB und auch der Typ C, die sind nur, um Strom aufzunehmen, also um die hier zu laden. Und das finde ich ein bisschen blöd. Dann hat man jetzt zum Beispiel ja ein iPad, das standardmäßig mit einem USB-C zu USB-C Kabel daherkommt. Könnte das Ding damit nicht füllen. Ich muss aber auch sagen, mein iPad ist das einzige Gerät, das so ist. Alle anderen haben noch einen USB-A zu eben USB-C. Ich weiß allerdings zum Beispiel schon, neuere Handys wie jetzt OnePlus 9, die kommen auch mit sowas daher. Das ist halt der Nachteil. Allerdings eben auch wieder ein Riesenvorteil ist, gerade wenn ihr schon so einen Riesenakku habt oder so eine Powerbank ist, dass ihr hier drei Geräte gleichzeitig mitladen könnt. Und jetzt nicht falsch verstehen, was manche Leute in der Amazon-Rezession geschrieben haben, man könnte sechs Geräte damit gleichzeitig laden. Das ist nicht machbar, weil, wie schon gesagt, das hier sind nur Eingänge, keine Ausgänge. Was schade ist, also sechs Geräte auf einmal laden, wäre natürlich auch ein bisschen cranky gewesen. Aber die Möglichkeit wäre ganz cool gewesen. Natürlich hätte man das irgendwie limitieren können. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Das Ding wirkt ziemlich robust. Also wenn ich jetzt da stärker als normal draufschlag, hört ihr schon, da ist so ein bisschen klirrend, da haue ich wahrscheinlich irgendwo aufs Metall. Aber das Ding ist sonst, also sehr, sehr robust. Kann mich absolut nicht beschweren. Ich will es jetzt nicht unbedingt durch die Gegend schmeißen oder so, weil es ist jetzt nicht als Rugged Powerbank ausgelegt. Aber sie wirkt heftig, sie wirkt klobig. Aber das Ding hat Power. Und jetzt fragen sich allerdings einige, und das absolut zu Recht, ob bei dem Preis die angegebene Akkukapazität überhaupt erreicht wird oder ob die fake ist. Da ich keine passenden technischen Geräte habe, um das genau zu prüfen, habe ich es gemacht wie folgt. Ich habe eine 10.000er Powerbank genommen und wollte mal wissen, wie oft die damit laden kann. Und ja, zu meiner Überraschung, dreimal komplett, hatte ich ja dann sogar noch ein ganz kleines bisschen was übrig. Also von meiner Seite aus stimmt es. Ihr müsst hier allerdings noch eine Sache im Kopf behalten. Das ist keine moderne Powerbank eben mit Quick Charge, mit Power Delivery oder sonstigen. Die hat nur einen Input von 5 Volt, 2,1 Ampere und so auch einen Output. Das heißt, einen Laptop könnt ihr damit gar nicht laden. Und ein Tablet oder Handy, was ja heutzutage jeder schnell laden will, wird halt hier seine Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen wollt ihr sowas, müsst ihr zum Beispiel zu etwas wie der RAF Power hier greifen. Die allerdings hat ein Drittel weniger Akkukapazität und kostet also zumindest laut letztem Stand, als es die noch gab, so knappe 50 Euro. Wenn ihr allerdings sagt, ich will nur einen Haufen Akkukapazität, ich habe es da nicht so eilig mit dem Laden der Geräte und das ist eher so als Backup-Lösung oder eben wegen dem Feature mit der Taschenlampe. Und eben nochmal günstiger sehe ich nicht, was man hiermit falsch machen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns eben erste Powerbank, die ihr alltäglich ständig nutzt, weil da will man vielleicht mal was schneller lädt oder auch gerade was, was kleiner ist. Aber wie schon gesagt, gerade vielleicht im Wohnwagen, im Gartenhäuschen, irgendwo draußen unterwegs oder einfach bei einer Reise als Backup, klingt das Ding absolut praktisch. Und ich nutze zum Beispiel gerade ständig, wenn ich unten im Studio irgendwie Lichter brauche und so weiter, die USB-Betrieben sind oder eben auch gerade meine Funkstrecke und so weiter. Und da ist das Ding echt praktisch, weil ich muss mir nicht irgendwie drum sorgen, ob die voll ist oder nicht, weil die 30.000, die halten eine ganze Weile. Allerdings, soll es das gewesen sein. Übrigens kriegt ihr noch ein USB-Kabel, das wahrscheinlich sowieso keiner nutzen würde dazu, denn es ist nur ein kümmerliches USB-Mikro. Weg damit, gleich durch ein anderes ersetzen. Und lasst mich hier vielleicht in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es nice. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.